Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer ganz 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 neuen Folge von Shines Lightning Kingdom. Wir sind hier im Dorf der endlose Kinder und haben endlose Kinderkämpfe zu führen, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Die Kinder sind gute Gegner. Damit kann man leben. Oh, weg ist er. Oh, guck mal. Danke, er hat mich hier. Oh, 7200 Usu. Nice. Neue Technik? Da habe ich geöffnet das Medium, diese Technik. Medusa Podostea Disziplin. Okay. Ach, immer die falsche Taste. Neue Disziplin. Ist das eine Angriffsdisziplin, oder was ist das? Medusa, irgendwas, irgendwas. Ach, die kann er nicht lernen. Okay. Kann er die lernen? Ja. Gut, verbessert seine Vorhörner. Die Isis 1 verschollene Relikt kann in vielen Konflikten zwischen den Menschen und den Shells zum Einsatz. Lernprozess. Aber er hat das halt nicht mehr gelernt. Weil er ist kaum ein Sitz. Ich habe es ja bisher noch nie eingesetzt. Kann das noch jemand lernen? Es kann nur er lernen. Okay. Und es verbessert ihn an. Niemand hat das jetzt einfach mal. Testen wir ihn hier mal. Dorf der Kinder. Uh, das heißt wirklich so. Bäh. Wie Maya oder so. Das sieht ein bisschen wie Maya aus. Okay. Speicherpunkt ist da oben. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hin. Das heißt, wir müssen sowieso da hin. Aber wir gehen nach links. Da ist ein Händler, wie es ausschaut. Dann besuchen wir den nochmal. Warum der hier oben ist, das weiß keiner. Hey, wie wäre es mit einem Handel? Ja. Ich finde dieses Bild vor dem so geil ist, was man da rechts sehen kann. Hallo. Okay. Gucken wir mal. Okay. Gucken wir mal. Verhältnis für 10 Sekunden das Brechen von Blocks. Kalt zu duschen hat noch niemanden geschafft. Erweckt ihn zuletzt im Kampf. Oh, Gucken ist zum Erwecken da. Mit einem Lebenspunkt. Okay. Wird alles negativ. Erweckt ihn mal mit der Grünparge zucken und schon ist alles wieder beim Alpen. Pardon. Das könnten wir sogar mal kaufen. Einfach aus dem Grund, dass wir damit vielleicht vergiftenlos werden. Deswegen kaufen wir davon einfach mal ein paar. Wir haben, wie viel Geld haben wir? Wir haben 51.000, das siehst du. Kaufen wir mal 50 Stück. Ja. Und dann kriegt jeder das in seine Kokoschak. Es ist immer schön. Man denkt sich halt Namen aus, aber letzten Endes zum Spielen an sich ist es eigentlich total dämlich. Weil da musst du dir jeden dieser Namen merken und dazu aufrufen, was sie bringen. Wenn man einfach wüsste, so Heiltrank, großer Heiltrank oder Gegengift wie bei Pokémon oder so. Das ist so simpel, so einfach. Und hier macht man sich die Mühe, coole Namen auszudicken, aber das ist so im Spielen eigentlich scheiße. Gelbe Frucht. Mach mal 10 Stück. Wie viel kostet die? 225. Ui. 5000 Leben kostet sie. Äh, bringt die. Könnten wir mal ein paar kaufen. Auch so um die 5000, würde ich sagen. Ja. Mach mal hier 23, so. Ja, dann kaufen wir noch zwei mehr. Mal wissen, 35. Ich mag ganze Zahlen. Ein leckeres, kleines Gericht für das, das für 60 Sekunden den physischen Schaden um 66% erhöht. Könnten wir auch kaufen, ganz ehrlich. Um den Schaden, aber die sind, oh, die sind teuer. Brauchen wir auch mal für 5000. Das sind dann 10 Stück, okay. Leckeres, kleines Gericht, das für 60 Sekunden den magischen Schaden um 60% erhöht. Kostet genauso viel. Kaufen wir mal 3, haben wir auch 10. Na ja, sehr schön. Fischkonzentrat, naja, bringt alles nichts. Flammenzitrone, fügt sofort 50 Feuer-Chi hinzu, okay. Okay, ja. Gourmet-Suppe war für Hyper-Energier. Andorianisches Törtchen. So lächerlich. Gut, haben wir ja zwei Stück gefunden. Ein starker Vortrank, der für 3 Sekunden die Effektivität von Feuerzaubern erhöht, okay. Verleglichen Schaden. Achso, das Ding, das schützt hier vor Schaden. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Verkaufen. Blauer Sturzern. Achso, sind die Dinger, die man so aufsammelt. Benutzt so nicht möglich, wie wäre es mit Verkaufen oder Tauschen? Wir behalten die Dinger mal. Wir haben ja gerade keine Geldprobleme oder so. Deswegen ist das ja alles nicht so schlimm. Deswegen können wir mal gucken, ob wir die 1.000 vielleicht. Kluges Köpfchen-Disziplin. Ähm, Wanderstiefel. Die macht's. Bei allen ist es besser, das gesehen zu werden. Bergwanderstiefel sind sogar noch besser. Gürtel mit andorianischer Schnalle. Erhöht die Verteidigung. Machen wir doch mal. Ah, ne, da fehlt mir ein blaues Haarknull. Hier, nehmen wir mal die Bergwanderer Stiefel. Und hier nehmen wir mal die Wanderstiefel. Das erhöht die Magie um 100. Nehmen wir einfach mal mit so. Äh, achso, hier steht da. Verringert die Aufladung von Unterstützungen um 20. Oh, das ist gut. Jetzt nehmen wir nichtsnutzige Schurken, die gerne in zahlenwesiger Überlegenheit kämpfen. Neh, doch einmal mit so. Danke, bis zum nächsten Mal. Geh, 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 geh. Gegenstände. Äh, fluges Köpfchen, das ist in dem war das hier. Irgendwer hat in dem wir das geben können. Er hat das Ding hier. Da wird hier seine Perplexität runter. Bei ihm geht die Magie hoch, aber er... Das wollte ich ja mal einsetzen, genau. Vielleicht kommen wir ja noch dazu. Er braucht das, weil er braucht Heilung, ne? Es fehlt immer noch einer im Team, ne? Ich bin mal gespannt, wer da noch dazukommt. So, aber wir haben ja hier noch... Ähm... Ah! Kommt immer wieder, staugen hier nicht so recht im Menü. So, wir hatten ja hier irgendwie ein Gürtel oder so. Oder... Ne, Stiefel hatten wir. Bergwarnastiefel. Er hat, ähm... Er hat standardmäßig 203. Ne, ja, 240 hat er. So, er hat... Er hat sogar noch weniger. Er braucht echt mehr Verteilung. Er hat auch nicht viel... Er hat sogar relativ hohe Verteilung hier. Okay, ähm... Mit denen hätte er dann 199. Er hätte 199. Er hätte 310. Okay. Und er hätte mit denen 313. Deswegen hält er auch so viel aus. Ich würde sogar ihm das geben, weil er dann... Weil dann hier seine... Weißt du schon, hier auch, dass er da so ein bisschen tankmäßig ist. Der hier bringt ihm sonst nichts weiter. Gehen wir ihm die Wanderstiefel. Ähm... Und... Und dann kriegt Schado die... Kriegt die auch hier. Mal gucken, was war hier so. Guck, er kriegt dann Diamantschuhe. Und er kriegt die... Diese Moosstiefel. Hm, hey, würde ich jetzt auch gerne anziehen. Total. Okay. Guck mal hier, Stoffhasen wieder. In rauen Mengen. Eine Schaukel, die unrealistisch schaukelt. Ach, aber Realität ist ja in dem Spiel jetzt nicht so wichtig. Ne? Ich wechsle mal auf Schado wieder. Gucken wir aber zum Speicherpunkt kommen, ohne dass wir vorher angegriffen werden. Das wäre ganz cool, aber ich bezweifle es. Oh, ne, wir kommen hin. Cool. Ja, dankeschön. Speichert. Jetzt kann nichts mehr passieren. Irgendwie klappt das nicht so ganz mit dem... Was, habt ihr den getroffen? Haha, nice. Okay, aber irgendwie dieser Steinwurf tun sie jetzt irgendwie gerade nicht. Ah, ich weiß, woran das liegt, glaube ich. Weil ich den noch nicht gemeistert habe, oder? Ich glaube, das liegt daran. Ich habe den, glaube ich, weggemacht. Ich habe nicht den hier ausgerüstet. Ne, der ist... Ach, guck mal, der ist gemeistert. Ach, dann muss ich... Achso, ich muss den wieder ausgerüstet. So rum. Mendo Kimi. Hä, den habe ich doch ausgerüstet? Achso, ich trottel. Ich muss ja A drücken und nicht X. Oh. Ich bin ein... Trottel. Das war ja A und nicht X. Ja, es ist so. Okay. 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 Autsch. Haha. Totgestummt, ey. Wurde ich sagen. Ach, siehst du, jetzt haben sie ihre Fähigkeiten verbessert. Sehr gut. Na, jetzt muss man ja erstmal durchblicken. Also das Spiel ist sehr komplex, muss man mal sagen. Also vor allem in den ganzen Menüs und so weiter. Also das ist, glaube ich, das Schwerste zu kapieren. Wenn man nochmal kurz zum Speicher kommt. Wenn einer in der Nähe ist, dann können wir es ja machen. Ist ja jetzt im Glück nicht so, dass hier die Andauern-Leaves spawnen. Wir gehen mal rechts lang erstmal. Ich komme mal gar nicht lang, oder? Ne. Doch. Neu. Dicke Verbände. Okay, was bringt die denn? Was bringen die denn? Die Hände wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, meine Spanichkenntnisse verbessern sich. Bei ihm. Achso. Bei ihm auch. Bei ihm auch. Bei ihm auch. Bei wem ist es denn am liebsten? Mit dem Ding wäre es 179. 300. 200. 179. Okay, dann hier mal Schado. Dicke Verbände. Sind sie noch irgendwelche Gegner oder so? Ist hier noch irgendwas? Also, hier ist nur eine Brücke. Alter Schwede. Ist doch lebensgefährlich. Ja, können die doch nicht mit einem machen, ey. Okay, dann rennen wir jetzt noch da oben. Da oben geht ziemlich weiter. Uns war so klar. Das war doch so klar, dass da noch jemand kommt. Die gehen wir nochmal speichern. Wir haben gerade was eingesammelt. Haha. Ach ja. Ach ja. Ich bin einer, der speichert viel. Ich weiß. Aber es war die für vor der Blutwindigkeit. Okay, dann guck mal. Ah, die bösen Jungs sind das. Ist es nur mich, oder? Ah, die bösen Jungs sind das. Jeder bezeichnet mich als Petzer, aber die sind doch alle nur neidisch. Und wir... Und wisst ihr was? Wenn ihr nicht aus meinem Königreich verschwindet, sag ich's. Wem was sagen? Mami? Wo ist deine Mutter? Mami ist die Beste. Niemand kann Mami schlagen. Das ist das Ende deiner Herrschaft. Das ist kein... Äh, ein Haufen Schiffswracks. Sowas ist jetzt so Königreich. Was? Jetzt hört... Hört mir mal zu. Das sind nicht einfach nur Schiffswracks. Ihr redet ganz schön Mist. Das sag ich. Mit Mami sprechen. Äh, wir würden gern mit deiner Mutter sprechen. Mami schläft. Weckt sie nicht auf. Auf gar keinen Fall. Wenn sie schläft, habe ich ihr... Habe ich hier das Sagen. Und es macht mir Spaß. Böse Buben von der Spitze, der... Aua, weh, weh, klipp... Ja, was ist denn scheiß Name, ey? Aua, weh, weh. Schnappt sie euch, meine Untergebenen. Oh. Autsch. Kurz mal heilen. Toll Nein, jetzt geschafft Autsch War ich nicht mal immun gegen Oh hier, das war knapp Ich bin vergiftet Ah, lauf doch nicht weg, du kleines Kind Ah, ich bin gestorben Ja, die Vergiftung So, geben wir ihr hier gleich mal einen Special Move Okay, gucken wir mal, wie gefällt dir dann Dach 4 What the hell Ich muss hier raus Ich kann mich nicht bewegen Ja, sie ist besiegt Okay, machen wir es jetzt mit einem Special Move Das sollte es dann eigentlich gewesen sein Na, es war Guter Kampf Also sie hat auch Fähigkeiten, die man dann aufpassen muss Aber Die haben schon Schlimmeres erlebt Ach, das Leben noch mehr? Autsch Jetzt mal wieder aufheilen Autsch Okay, sie ist down Autsch Okay Das können wir jetzt so Gut Also ein Törtchen haben wir leider nicht Mach mal so Ich weiß, habe ich jetzt diese Suppe dafür verschwendet Aber mein Gott Was soll's Damit soll es das gewesen sein Schneller Sprint Wirbelsturmangriff Sehr schön Na ja, so viel Wir haben auch nur D bekommen Schade Oh, Shadow ist ja leider draufgegangen An der Vergiftung wieder mal Wie, das war's? Keine Zwischensequenz Oder keiner, der uns nach voll labert Oh Sehr nüchtern Dann haben wir noch mal kurz zur Heilung Wir müssen auch vorher nochmal speichern Bevor wir die Folge melden Ha Ja, ja, genau Wir melden jetzt nämlich die Folge Ha Damit hättet ihr nicht gerechnet So ein Überraschungsangriff von mir Ha Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen Wir haben jetzt einen Bossgegner besiegt Der war sogar, glaube ich, einer der eher einfacheren Und als nächstes gehen wir durch dieses große Tor Und hoffen, dass wir dann irgendwann mal diesen scheiß Berg hinter uns lassen können Mein Gott Aber wahrscheinlich müssen wir noch gegen diesen Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kämpfen Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Und bis zum nächsten Mal Cheerio Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal